Heute möchte ich euch den MrBeam 2 DreamCut vorstellen. Das besondere MrBeam ist die Laserklasse 1. Durch die Laserklasse 1 ist kein Laserschutzbeauftragter notwendig und der Laser erfüllt zusammen mit den Sicherheitsvorkehrungen und dem AirFilter 2 System alle Voraussetzungen für den Indoor-Betrieb. Schon gewusst? Laserpointer haben die Laserklasse 2. Die Software des MrBeams ist übrigens direkt auf dem Gerät und ermöglicht es dir, den MrBeam auch ohne aktive Internetverbindung zu nutzen. Das ist gerade auf Messen, Märkten und auch im Schulbetrieb sehr hilfreich. Die Updates sind natürlich kostenlos und versorgen dich regelmäßig mit neuen Features und Verbesserungen. Alles, was du zum Start brauchst, ist ein Laptop. Es spielt übrigens keine Rolle, welches Betriebssystem du nutzt, da die Software browserbasiert abgerufen wird. Für die Gravur von Materialien reicht eine JPEG- oder PNG-Datei. Möchtest du mit dem MrBeam eine Datei schneiden, so muss diese als Vektorgrafik in die Software geladen werden. Die maximale Objekthöhe beträgt übrigens 3,8 cm. Es können also nach Lust und Laune Holzscheiben, Schiefertafeln und auch Spiegel graviert werden. Bei Instagram findest du unter dem Hashtag MadeWithMrBeam tausende Beiträge der MrBeam-User. Auch gibt es eine exklusive Usergruppe bei Facebook und eine riesige Wissensdatenbank auf der Website. Lass dich also inspirieren und werde Teil der MrBeam-Community. Viel Spaß beim Lasern! Untertitelung des ZDF für funk, 2017